Herzlich willkommen zum Webcast interaktiver Gesprächsleitfaden. In den nächsten 15 Minuten erwarten Sie einige grundlegende Informationen zum Aufbau eines interaktiven Gesprächsleitfadens in der CRM und Callcenter Software AGWIP. Wir schauen uns an, wann der Einsatz eines Skriptes sinnvoll ist, welche grundlegende Idee dahinter liegt und die einzelnen Schritte, den Aufbau des Folienmasters, wie man die einzelnen Seiten kreiert und schließlich wie man die Abfolge festlegt. Auf Details, wie man Ansichten gestaltet, gehen wir hier nicht mehr ein. Das haben wir bereits im letzten Webcast im Detail besprochen. Leitfäden unterstützen den Anwender in der Telefonakquise. Hier sehen Sie das Musterprojekt Eisbär, links mit dem Bereich der Gliederung, darunter links unten den Verlauf, den der Anwender durch den Leitfaden genommen hat, das Standardnotizfeld, das Freitexteingaben ermöglicht, die dann auch in der Kontakthistorie zu diesem Bearbeitungsschritt protokolliert werden und dieser Bereich, der freigestaltbar ist mit Logo des Mandanten, Kontaktdaten, in dem Fall der konkreten Fragetext und Eingabefeldern. Oder auch Einsatz im Kundenservice, hier in einer exemplarisch etwas grafisch aufbereiteten Variante und auch gut geeignet für die Erdatenfassung von Massendaten, wie man sie zum Beispiel bei Messereports erlebt. Der große Vorteil des interaktiven Gesprächsleitfadens ist die Reduktion der Oberfläche. Das minimiert die Komplexität, weil hier Eingabefelder Informationen auf verschiedene Seiten verteilt werden können. Denn abhängig von der Eingabe erscheint die Folgeseite, die nur Informationen für diesen nächsten Schritt enthält. Das minimiert den Schulungsaufwand, setzt aber auf der anderen Seite natürlich voraus, dass man das Gespräch zuvor genau analysiert und sich diese Art von Gesprächen auch strukturieren lässt. Es gibt zwei technische Voraussetzungen, die notwendig sind, bevor Sie den Leitfaden bearbeiten können. Das eine ist das Benutzerprofil. Sie benötigen hier das Recht, Anwender erlauben, Skripte zu bearbeiten. Sie können das einfach kontrollieren, indem Sie in dem Arbeitsbereich Administration auf Benutzer- und Gruppenkonto gehen. Markieren Sie Ihr Benutzerprofil und wählen den Ändern-Schalter und bereits im ersten Reiter Allgemein sehen Sie die generellen Rechte und hier finden Sie Anwender erlauben, Skripte zu bearbeiten. Der Haken muss gesetzt sein. Die zweite Voraussetzung zur Gestaltung der Skripte ist, dass Sie zunächst die Datenstruktur aufgebaut haben. Das können Sie im Arbeitsbereich Administration unter Adresstabellen tun. Im Detail haben wir das bereits in einem vorausgegangenen Webcast besprochen. Die Grundidee des interaktiven Gesprächsleitfadens in Archivib ähnelt der Idee vom PowerPoint. Man baut zunächst einen Folienmaster, der alle Design-Elemente und Eigenschaften wie Schriftgröße, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe enthält, der dann als Master für jede einzelne Seite später erscheinen soll. So beginnt es mit dem Start, gibt ein Ende vielleicht für den negativen Ausgang, Frage 1, dann folgen weitere Seiten und am Ende sind wir irgendwo beim Gesprächsende. Wenn in der Frage 1 nicht bestimmte positive Eingaben erfolgen, springen wir direkt zum Ende und so weiter und so fort. Um den Skript-Editor zu öffnen, wählen Sie aus dem Arbeitsbereich Administration den Punkt Skripte. Der Editor öffnet sich. Links oben sehen Sie die einzelnen Seiten Ihres Skriptes. Rechts oben finden Sie die Eigenschaften dieser Seite. Wichtig ist hier insbesondere in dem Kontext der Tabellenname. Denn links unten sehen Sie die in diesem Kontext verfügbaren Datenfelder, die Sie per Track und Drop auf die aktuelle Seite ziehen können. In dem ersten Schritt gestalten wir den Folienmaster. Um die Master-Ansicht zu gestalten, wählen Sie aus dem Menü Ansichtenformulare den Punkt Ansichtenvorlage bearbeiten. Gestalten Sie jetzt die Master-Vorlage. Wie im Webcast Ansichten vorgestellt, können Sie das Logo einfügen des Mandanten. Sie positionieren die Standard-Kontaktdaten, die immer sichtbar sein sollen. Die Takthistorie, zum Beispiel nur lesend im Zugriff, sodass der Anwender weiß, was ist bisher gelaufen. Dann kommt der eigentliche Fragetext. Hier empfiehlt es sich, mit einer abweichenden Farbe zu arbeiten oder Hintergrundfarbe. Und so um das meistens Eingabefelder. Wenn Sie alles fertiggestellt haben, klicken Sie links oben unter Skripte auf die 1. Gestalten Sie jetzt die Master-Vorlage. Dass Sie sich in der Vorlage befinden, sehen Sie an den Worten Vorlage im Hintergrund der Ansicht. Fügen Sie die Kontaktdaten ein, hier als statischer Text. Sie können das auch als Eingabefelder machen. Fügen Sie das Logo ein des Mandanten, die Kontakthistorie. Jeweils die Fragestellung, hier unten vielleicht abgehoben in einer anderen Farbe. Sowie die Position, an der Eingabefelder erscheinen sollen. Wenn Sie alles fertiggestellt haben, klicken Sie links oben auf die 1. Und kreieren damit die erste Seite. Ganz wichtig sind hier rechts bei den Eigenschaften die Sprungmarke und der Titel. Die Sprungmarke brauchen wir später, um auf diese Seite wieder hinsprengen zu können. Der Titel erscheint links oben in der Gliederungsansicht für den Anwender. Ich habe jetzt hier Begrüßung eingegeben in beiden Elementen. Wir sehen jetzt hier sowohl Sprungmarke als auch Titel in der Gliederungsansicht. Jetzt gestalten wir unsere erste Seite. Im Text für den Agenten soll auch die Zielperson namentlich angesprochen werden. Dafür öffnen wir das Textfeld mit einem Doppelklick und wählen dann aus dem Menü Assistent den Punkt Datenbankfelder. Es öffnet sich die Liste der Felder und Sie können jetzt einfach per Track & Drop das gewünschte Feld hier in den Textfeld hineinziehen. Bei Ausführung erscheint dann der Feldinhalt des aktuellen Datensatzes, also zum Beispiel Herr Dr. Max Muster. Fügen Sie die notwendigen Eingabefelder ein. Wenn es um eine reine Gesprächsweiche geht, in der Sie über den weiteren Gesprächsverlauf entscheiden lassen wollen, kann das auch ein internes Feld ohne Datenbankbezug sein, wie hier in diesem Beispiel. Über den Schalter Neue Ansicht wird auf gleicher Ebene eine neue Seite eingefügt. Der rote Schalter Neue Untergeordnete Ansicht fügt unter der aktuellen Seite eine weitere ein. Die Anordnung dient nur der optischen Gliederung, hat aber keine Auswirkungen auf den Verlauf des Leitfadens. Die neue Ansicht ist wieder eine Kopie unserer Master-Ansicht, die individuell angepasst werden kann. Sind alle Ansichten in dieser Art definiert, gilt es, die Abfolge für den Anwender zu definieren. Dazu gibt es zwei Varianten. Den Verzweigungsassistenten oder Überschalter. Beginnen wir mit dem Verzweigungsassistent. Gehen Sie auf die Frage, an der eine Verzweigung eingefügt werden soll. Hier zum Beispiel die Begrüßung. Klicken Sie rechts unten bei den Eigenschaften auf Makro beim Schließen. Wählen Sie aus dem Menü Assistent den Punkt Skript Verzweigungsassistent. Bei Feldtyp legen Sie fest, ob ein Datenfeld oder ein internes Feld als Grundlage für die Verzweigung herangezogen werden sollen. Eingabefelder der aktuellen Ansicht werden dann unter Variable Feldnamen FET angezeigt. Ich wähle hier das interne Feld Begrüßung aus und unter Werte sehen Sie bei einem Options- oder Kennzeichenfeld dann die Kürzel, die sich aus dem Feld ergeben. Wählen Sie rechts den Ändern-Schalter und Sie können dann jedem Kürzel die gewünschte Sprungmarke, die zuvor definiert worden ist, auswählen. Mit OK generiert AGWIP daraus den gewünschten Makro. Über die Makrozeile ActiveTicket.Transition ist gleich Reaktion wird damit automatisch auch die Einstufung definiert. Somit muss der Anwender am Ende des Gesprächs nicht mehr die Auswahl treffen. Fehler werden somit vermieden. Dadurch können Sie aufgrund der Datenlage plausibel eine Einstufung vorgeben. Eine andere Möglichkeit, die Abfolge zu definieren, ist über Schalter. Dazu wählen Sie aus dem Werkzeugleiste einen Schalter auf, ziehen ihn auf den Bereich und geben den gewünschten Bezeichnung für den Schalter ein. Rechts unten bei der Eigenschaft Aktion öffnen Sie das Eingabefeld und geben hier einfach den Befehl Script Go To und dann den Namen der Sprungmarke ein. So lassen sich über Schalter Einfachverzweigung realisieren. Weitere Informationen und Musterbeispiele wie den interaktiven Gesprächsleitfaden für das Eisbär-Projekt finden Sie zum Download unter kb.gruzeck.de. Vielen Dank.